das problem ist nur bei dem bogen das ist für so ein schnelles spiel fast ein bisschen unpraktisch es sei denn man macht ein schleichspiel draus mit cells und so dann geht es ja dann immer ein schleichspiel lustig und dann weiß man man hat kein schleichspiel du weißt doch am besten laut ach herrje was sind wir denn jetzt machen bringen die elite schamanen aber bringen die elite schamanen um vier stück und tötet 30 phantome na herzlichen okay also der runde skallen damit ich hätte mal gesagt das ist wahrscheinlich so ein post jetzt auch bis dahin was wir die kleinen machen oder mann wir klopfen sagt man beim großen big boss haben natürlich auch hier geht es rein was mache ich dann hier wo geht es rein lauf ums haus rum ich glaube das kann es nicht mal du verfehlen aber es bringt nur nicht in der tat bringt nichts ist der unter uns ach der ist unter uns wenn ich im haus scheiße ich bin ich habe gefunden glaube ich ach ja das ist schön ich auch mir gefällt es nicht mir gefällt es nicht mir gefällt es nicht vor allem ist alles so neblig ich sehe überhaupt nicht was ich hier anstellt ach du heilige wie viele gegner sind hier weißt du damals in den guten alten zeiten hatte ich mal einen co-partner ach da bist du ja der co-partner ist gerade mit eigenen tieren beschäftigt ich bin mir quasi von anderen sachen ab ich bin unsichtbar ach die waffe wollte ich oi da macht aber ganz schön bums uiujujuyui weiß was mir gerade zu ontfolgt es ist echt um clever nahkampf zu skilln wenn man keine hitbacia hat Ach, macht Sachen. Ja, doch. Ich meine, wenn du genug Schaden machst, brauchst du gar keine Hitfreunds. Oh, was ist denn da? Das war irgendwas groß. Ach, ein Elie Schamane, hallo. Ich brauch Leben. Hilfe. Was ist denn jetzt? Was hast du wieder alles angeschleppt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin gerade voll in eine Party reingefallen. Komm, lass mal ein kleiner Graffel da weg hier. Also, wenn du zufällig Medikit ziehst, das wäre voll Knorke. Ich meine. Nein, sehe gerade gar nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. This is my rifle. This is my way. Ei, ei, ei. Huch. Oh, warte da. Das ist Jungsflücher. Hallo. Ach, komm mal. Da ist er wieder. Also, zur Hälfte... Ach, der macht diese ganzen... Also, zur Hälfte haben wir den Schamanen-Boy da runter. Nein, ich gehst auch kaum mit drauf. Und jetzt habe ich keine Muni mehr. Das ist natürlich unkletter. Was macht denn der jetzt? Oh, der hat engen Schild. Das fand ich auch. Tag. Woah, was macht der? Woah, scheiße. Der hat... Der hat seine Homies geholt. Ja, ich mag's. Ja, warte. Bisschen leider. Oh, je, je, je. Ich schlaf nur wild um mich wie so... Keine Ahnung. Ich bin schon wieder so gut wie tot. Ich bräuchte mal irgendwie Heilung. Ha. Wieso kann ich mich auch... Oh, ich hab keinen Mana mehr. Ah, ich hab einen Heilung Kit gefunden. Oh, da liegt noch mehr. Oh, oh, oh. Alles, alles meins. Na, der Pogen, wenn man mal trifft, macht's schon gut schaden. So. Also. Skill Punkt. Oh, Wollah, Wollah, ich komme jetzt zum Mond. Na, komm, jetzt geh kaputt. Na, was mit C ist denn der? Vor allem, was machst du hier eigentlich mein Teampartner? Funktional. Achso. der bohren macht noch zu knall so lange ich würde mal ganz kurz meine meine lebenspunkte etwas auffrischen das geht ja gar nicht machen auch noch ein level ja ich trippel um ihn herum und hoffe dass er mich nicht und da ist er zerflossen also ich bin dafür dass das nächste mal doch echt etwas schwieriger machen ja 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 definitiv ich meine du hast doch überhaupt nur nach irgendwelchen highkits geblattet ne ich wollte nur ein bisschen die spannung aufrechterhalten zum glück haben wir den videobeweis ja das sieht man ja ich bin immer total voll mit energie und ich spiele nur meine rolle damit du dich besser fühlst als gültender held ok hauptjob haben wir wohl erledigt ach ne scheiße ist aber nur ein von vier du weißt ja dass wir da noch drei weitere von denen brauchen ja so gehen wir mal dahin wo es grünschen herkommt also folge ich dir das klingt nach einem guten plan ๊up ja komm weg 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 machen sie mal platz hier meine zwei schneiden möchte mal kurz durch ach guck mal wir haben da irgendwo zum großen irgendw försö ein bogen haben wir irgendwo so eine so eine level anzeige also dass wir sagen wir brauchen noch so viel um aufzusteigen ach das sind diese phantome da brauchen wir 30 stück von denen naja gut jetzt nur noch 28 naja doch die waffe macht ganz gut bums gegen die kleinen hallo was machst du denn jetzt ich glaube mal also mir zuzuschauen im let's play es könnte sein dass man hier entweder manchen echt schlecht wird oder epilepsie anfällig ich bin hier nur am rumwedeln ja das glaube ich dir dass du am rumwedeln bist mehr als sonst mehr als sonst ich bin doch bei dir in der nähe glaube ich bin nicht weit weggelaufen mit dem ins gesicht springt er mir ja keine ahnung wo wir jetzt sind wir gehen da lang wir sind wieder da wo wir vor uns den dicken gekillt haben also problemlos killbar wenn er mich nicht treffen wird nein ich bin nicht so gut wie tot ich bin wo bin ich denn du hallo noch da oh hallo noch einmal freinds hier werde ich jetzt habe ich die orientierung verloren wie ich denn hier unten ist immer so nebel nicht da geht mir geht es hoch ja aber da waren wir doch schon mal das ist wir rennen gerade im kreis glaube ich ja wir rennen im kreis wir sollten mal irgendwo ach so weiß ein gegner hm wo geht es denn hier hoch da hier geht es hoch ich glaube du dashst schneller als ich oh oh wir haben gäste oh man ah hier oh gott gott sei dank ist in oben ja woher kommen wir alle her die weg jedoch mal weg leute ich bin nur die treppe hoch er hat jetzt mal lieber eine fahrstuhl genommen der lebt noch da jetzt nochmal da hinten ist wieder so ein großes rotes was ist denn da oben was ist das ach so dass wir so ein fernseher warte mal auf obwohl er noch ja da war es doch nach dem gegner was da wusste mir schlecht hallo ach da als ob der eine chance gehabt hätte ich glaube die da drin sind sehr gut vernetzt so als tipp ja es war ja klar ich schieße einmal unschuldig rein und dann kommt die ganze bagage raus ist okay oh das fahrer wird aber gut getroffen wow wieviel schaden macht denn der bogen ja das hat er der ist ja übel aber du musst halt wirklich das ist noch zu leute 300 das 300 ja headshot macht 300 ach so oder lässt die köpfe gleich weg drin kann man was machen aber 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 und von ich weiß nicht du bist doch eigentlich im normalfall unser damage dealer ja ach das ist nicht dein ernst das ist doch nicht dein ernst weißt du wo das spiel mich jetzt raus gelassen hat wieder ganz unten na warte mal hier geht es ja schneller hoch ach gott sind wir bescheuert gelaufen ok ne ich komme hier gar nicht hoch oder hilfe oh ich habe so ein weiß hut Kollegen entdeckt auch oder er hat mich entdeckt das ist echt schlimm ich würde ja gerne oh fuck ich komme hier lieber hoch nein ich habe keine Pfeile mehr oh komm geh weg hm so ok das wird lustig wie komme ich denn jetzt wieder hoch oh da habe ich auch keine Munition mehr ehhh ähm ich habe ein Problem ich komme nicht hoch ich weiß nicht wo ich hoch komme haben wir schon nein ich meine ich finde den Weg nach oben nicht ah da 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 das kenne ich von irgendwo her ne 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 komm da ah ich glaube ich sehe was es leuchtet wieder ich bin da so bist du ja oh ok ich habe ein Level ab aber ich brauche mal irgendwie mal zu machen ach du bist bei Yogi ja ich habe nur noch meine Dingswaffe meine blau leuchte waffe ja dann ja der holt seine Kugels glaube ich jetzt haut mal ab da Herrgott nochmal ja das gute alte Schwert Forse doch noch mehr ja ich stelle meine Kollegen eleger Mein Spiel ist abgeschnitten Ich glaub die Kette nicht sehr gewalt, so klingt das gut Schön dich gesehen zu haben, lass mich nur wieder allein Warte mal, ich verschwind Ähm, warte, wie mach man das jetzt? Ich hab hier von der halben Welt die Akku gezogen Schau mal, ob ich noch irgendwie bei dir reinkomme Ich verbitte mir das Oh shit Ich bin mal los Ich würde ja irgendwas machen Aber das Problem ist Ich werde hier permanent verfolgt Jaja, ich bin schon am Weg Jesus Hilfe Ich wollte es nur gesagt haben Eieieiei Wie viel Zeit noch? Das ist schön Jetzt Wo bin ich denn? Ah ja, okay Ich bin irgendwo bei dir dann eh Ich bin so gut wie tot Und lass mal heilen hier Vielleicht nochmal heilen Falls es so schön war Schau mal, wie viele sind denn das? Ja, ich sag ja, irgendwie ist auf einmal hier Die ganzen Party People gekommen Vor allem Vor allem was sie für einen Schaden machen Das ist ja nix mal feierlich Die Levelaufstieg So, ich muss mal hier kurz lebenskillen Danke Mehr maximal energie Mehr maximal energie Jetzt hör doch mal auf hier Jetzt hör doch mal auf hier Ich hab dann gleich Frau Feile noch Oh man Baum fällt Zwei von hier Hammer Zwei von hier Ui, das wird noch eine lange Geschichte Boah Ja Wie war das mit 15 Stunden? Nur ein Nebenquest Das Hauptspiel ist wahrscheinlich in 10 Minuten durch Huch Warum tauchen wir auf einmal ein Portal auf? Huch Hilf ich auch Oh man Oh man Oh man Jetzt kaputt Nein Nein Jetzt Sag mal, wie kommt denn da noch? So, ich hab dann mal so zwei kleine freigetragen So, wo, wo, wo fliegst du eigentlich rum? Ach da Ah, jetzt verstehe ich, warum man Ah, ok Äh, passt So Next Yo, ich bin schon unterwegs Äh, hier ist eine ganze Meine Freunde Für euch hab ich heute Was ist denn das? Liebeskanickel? Ich störe sie doch nie Zu spät Kann der einfach mal stehen bleiben Der ist ja sowas von lästig Der liegt ja noch Oh Gott, ich treffe nichts Ich glaub ich hab jetzt sechs Schüsse hintereinander komplett daneben gehauen Siehste Dafür bin ich ja da Ich bräuchte ne Sniper Oh nein, wir müssen wieder irgendwo runter Ja, ich glaub hier Toll Ich komm hier nie wieder hoch Ah, da ist ne Leiter Oh, da brennt's schon Oh, da brennt's schon Ups Kannst du mal? Ja, ich bin da 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 Wo ist denn meine andere Waffe da? Warum werde ich hier permanent angeschossen? Das kann doch gar nicht sein Ich glaube ich sterbe auch gleich Ja, ich sterbe auch Ja, ich sterbe auch Mein erster Tod Es macht nichts Du gewöhnst dich echt schnell dran Ach Gott, jetzt soll ich jetzt mal wieder den Weg zu dürfen Oh, das ist kurz abgebogen Oh, okay Nächster ist down Ja, der ist doch voll Uiuiui Wo ist hier noch was? Was beschießt mich denn hier Timonet? Oh, ich hab keine Mühlen mehr vor dir Oh Spreng-Schnecken-Dinger haben ich erledigt Oh mein Gott Ich hab zurückgesprengt Äh Wo bist du denn? Immer noch unten Ach Gott, wie komm ich denn da hin? Oh nein Er hat mich schon wieder in der Oh, in der Mulde des Todes rausgelassen Haben wir denn viel von den Viechern kommen hier eigentlich noch? Oh, ich hasse dieses Eck Ich hasse es jetzt schon Nein, da kommt noch nicht noch Ja, jetzt verfolgen mich auch noch die Viecher Wie komm ich denn da jetzt wieder hoch? Ich bin am Arsch der Welt Künzüge Ja, komm mal her Das ist doch nicht euer Ernst Ey, das halbe Spiel bin ich nur dabei irgendwie rauszufinden, wie ich wieder zu dir komme Weil der Absetzpunkt echt geil gewählt ist So, warte, warte, warte Da war es doch irgendwo da hinten dann Ja, ging ich schon mal hoch Ich hab da unten alles geklärt Ich komm jetzt wieder hoch Ja, das ist schön Ich bin jetzt auch endlich oben So, ähm, wenn ich jetzt irgendwo den Licht will nach oben finde Oh, da ist zumindest Tageslicht Mit Nebel Irgendwas ist da noch Hallo Ich hab jemanden gefunden Oh, ey, das ist doch Oh, ey, das ist doch Ich häng fest Ey, wenn ich jetzt schon wieder sterbe, ne Na ja, wohl nicht wahr sein, dass der Gegner immer trifft Wo ist er denn? Wo ist denn der Yogi? Hab ich denn erledigt? Ne, natürlich nicht Mach doch nicht schon neuer Ich hab einen neuen Yogi Ich muss erst mal wieder gucken, wo du bist Ja, hilf mir Ich hab Angst zu sterben Ich komm da unten nie wieder raus Und ich hab keine Mannerin, die mich nicht beteiligen kann Achso, und da unten bist du So, ähm, achta Ich hoffe, dass ich dir da gerade entgegenkomme Ja, ich hab mich jetzt mal verzogen Ich bin nur noch bei 10 Prozent leben Äh, 10, 10 Punkte leben Aber ich kann es nicht lassen Oh Gott Bin wir da Ich brauch unbedingt irgendwas zum Heilen, oder? Ja, jetzt hab ich keine Mony Wollen wir noch mehr? Ich nix mehr Mony Ich nix mehr Mony Ich nirgendwo bei Mony Hm Das ist irgendwie unkleber Mann, du bist doch so gut wie tot Jetzt sterb doch einfach Oh Gott, ja, da ist was Oh, sammeln, sammeln, sammeln Für ein bisschen Heilung reicht's auch noch So, ich bin jetzt halbwegs wieder im Geschäft Manor, manor, finde ich gut Na, okay, feuerresistent ist natürlich viel für mein Schwert So, ist down Oh Gott, ja, Heilung Gib mir alles an Heilung, Baby So, 5 Stück noch von diesen komischen Viechern Denkst du ja nicht daran, dass du dich regelmäßig im Kampf heilst mit dem Cruise-Bad? Ja, ja, mach ich die ganze Zeit Bloß wenn kein Mana, dann keine Heilung Keine Arme, keine Kekse Was machst du mit dem ganzen Mana? Heilen Hm, mach so Ohhhh Ach, deswegen bin ich der Dämmigstehler Ach ja, du hast wieder was gefunden Checkpoint, Checkpoint Komm doch einfach zu mir, du hast Spaß Checkpoint im Positiven oder im, ich muss töten Sinne Im Tötensinne Uh Autsch Ach, du bist von der anderen Seite herangegangen Und ich komm mal vor, dass du hier Okay, du bist wohl auch da Oh, und wie du da bist Hey, kannst du ein Apple auf deine Hand rein? Ach, scheiße Ich würde mir wünschen, ich habe keine Ahnung Ja, ohne Scheiß habe ich mir jetzt auch schon ein paar Mal gedacht Granaten wären ne geile Schichter Alter Was macht den ihr für Schaden? Oh nein Nein Ach, come on Ich bin schon wieder am Abgrund der Hölle gelandet Langsam sollte ich doch wissen, wie ich da wieder rauskomme Da, wo war doch hier der Aufgang Ne, 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 Gegner, lass mich zufrieden Oh Gott, warum sind hier lauter Gegner auf einmal? Hier So Langsam kenne ich mich hier unten noch aus So, ich habe immer alles fast sonst geklirrt Ja, ich bin auch gleich wieder da Ach so, in die Richtung Thomas mit an Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da Ich weiß noch nicht, was du geklirrt hast, aber Ach so, du bist ja ganz woanders Wieso ganz woanders? Ich bin noch mal wo an der Hütte Nur von da wo ich gekommen bin Ja, ist er gut Oh, nur noch einen Monit Ja, hab genau gereicht So, jetzt geht doch mal kap Du gut Bitte Na endlich So, wo treibst du dich rum? Wie komme ich denn da zu dir? Ach hier Na, komm her du Monster, Heino So Den habe ich auseinander genommen Da Na komm Hab auch nichts von meinem Bogen, Heino Ah, jetzt habe ich kein Bogenmonitorn mehr Eieieieieieiei Na, das ist nicht so Auch da ist noch einer Ja, wenn ich, wenn ich Lebensenergie habe, dann teile ich gut Schaden aus dann kann ich schön in den nahe kam es stimmt aber was okay wir haben es jetzt wollen wir noch die großen zwei stücke hallelujah da brauche ich eine schnetzelpause glaube ich ach die kette sehe ich so wo müssen wir denn da hin noch eins wo ist denn der ja ich laufe nur strax zu einem aber da ist noch ein toro in sich oh gott wie viel sind hier hallo ich habe besuch mitgebracht und die kettensähe macht aber echt böse aber bei denen ich mag die kettensäge ja irgendwie hat die was so ich frage mich nur wo haben denn die japaner in dem zeitalter des öl herbekommen dafür was zum teufel pickel blubber girl ist da ich sehe ich da mal durch ja ich auch sag mal wie zäh ist denn der das ist ja nur ein pfeil von dem was es mal war guck mal sag mal also mit der kettensäge war das ganz einfach das spiel gibt es schon ganz normal oder ich meine wir haben da jetzt nicht irgendwie ein problem mit es ist verboten oder so erlede ich schon mal ne ich habe mal gepolt ich sehe es was ist denn das für das ach komm her da kettensäge oh das macht irgendwie noch zu viel schade oh gott macht der schaden nein ich wollte weg schön ich werde mal nicht in den abgrund gespawnt bin gleich da ich bin gleich da hey komm her oh hello new ammo friends ready to kill some fuck faces sag mal was ist denn das für ein cj-typ ups sonst kommt der noch zu erbe äh ich glaube der fand das nicht so geil dass ich ihn angesegt habe Stimmt, das ist ja eigentlich... Achso, ist kein Baum Ja, aber ich glaube, der ist gegen Eis, äh, gut allergisch Ja, was hab ich denn mit Eis? Keine Ahnung, das ist aber was für Eis Oh ja, jetzt hol dir wieder seine Best Friends Ja, ja, sie weg Warte mal, die können ich doch... Oh, ne, shit Was sind die Kettensäge? Caddies? Caddies? Na, komm her Tja, also die Kettensäge ist kein Problem Diese komischen Höllenhunde-Dinger da ganz nett Da ist noch einer So Elniaco Oh, Mann Ey, da macht er aber auch Schaden, ne? Das ist ja schon immer schön Mist So Einfach mal auf den Kopf Tja, das war's Jetzt, wir haben ihn nicht Gleich ist er down Und weg ist er Na, wir haben so halbwegs den Dreh raus mittlerweile von den Teilen, ne? Ja Hast du auch irgendwie so eine rote Kugel gekriegt? Immer mal wieder, glaube ich Okay Wenn du diese Erlangen-Dinger meinst Ne, ne, rot Wirklich eine rote, runde Kugel Okay, weiß ich noch Hab ich jetzt gerade eingesammelt Ich lauf nur drüber und sammle Ja, ich auch Mir ist nur aufgefallen, das war mal eine andere Form So Gehen wir gleich zum nächsten Ja Ach, da geht's hoch? Okay Also ich wär da Ja, ich bin noch da, gerade am Schnellzimmer Und ich hab da gerade noch ein paar andere Freunde gefunden Okay Dann geh ich wieder weg Die haben noch ein bisschen Party gewollt So, was ist denn jetzt da? Man da, wo ich bin, da auch Freunde Alter Ich bin noch nicht Ich lauf zum Highway entlang Oh shit, der Große kommt auch gleich Bin da Ja, ist okay Ich hab Besuch Mitgebracht Oh, ich muss sagen Da hat mir dieses, ähm Häschenjagen mehr Spaß gemacht Die sind doch nervig Och komm, jetzt geh weg da Ach ja Oh, der Fall ging nach dem Mars Und der auch Ah hui, ui, ui Okay, er holt sich über seine Kumpels Oh, nicht mal die Kennensäge Wo sind die Kennensäge Also rechte Maus Das ist ja schon frech Mit der Kettensäge Das ist ja schon übel Und weg ist er Oh ja Das fühlt sich echt gut an Okay Boah, der mich jetzt hin katapultiert Ich bin jetzt erstmal Oh, du bist jetzt mal raus Ich bin erstmal raus Boah, dieser Gift Schaden Das ist ja nix mal feierlich Was der war Ah ne, darum geht es wieder hoch Glaube ich Oder? Ich hab keine Ahnung Oh, da ist er schon Oh, da ist er Ich muss mal weg Ich bin so gut wie tot Na toll Jetzt kommt auch noch ein Portal mit Gegnern Ja, die kann ich ja auch noch brauchen Kommt doch alle her zu mir Oh, boah Ah, ich will auch mal kurz Für kleine Pussis So, ich heil mich erstmal Nochmal Ne, geht nicht Hat er Ist er gerade bei dir? Ja, so ein bisschen Skillbond Willkommen zurück Was hast du da für Freunde angesammelt? Oh oh Geh weg, geh weg, geh weg Oh Gott Er hat sein Hütchen verloren Na, Blinz im Gesicht War arm Ach so, das siehst du ja gar nicht Da ist jetzt ne Lilla ne Kugel Bei mir Ne, orange ne Und da war noch Glückskiksi Ah, da Ja Tag Was macht sie jetzt? Oh, das war nett So, das sollte es gewesen sein Kopfgelder erfolgreich Gejagt Ja, dann Zählen wir doch nochmal zurück, oder? Dann Bebe ich zurück Und tschüss Wir müssen auch ganz schön jetzt gut Geld gesammelt haben Ey Und jetzt kommt nochmal ein Batzen obendrauf Plus Skillpunkt Tada Das war ein Skillpunkt Sehr schön Was kann der schon wieder kaufen? Ja, ich werde jetzt auch erstmal Huch Falscher Knopf Ich glaube ich brauche noch mehr Leben Leben ist gut Hast du noch was Feines? Ne Nix Neues Steiger die Heilungswerte aller Medikids Finde ich gut Kauf mal Na gut Ich würde sagen Wir können jetzt nochmal in Ruhe Alles nachschauen Aufleveln und sonst was Aber Wir verabschieden uns jetzt erstmal Das ist Ja In der Tat Und Können ja dann danach Dann nochmal zeigen Was wir dann Wenn wir was geändert haben Was wir geändert haben Weil ich denke Das ist sonst zu langweilig Ich meine Jetzt ist man so viel Schnetzeln gewöhnt Wenn man jetzt noch rumskillt Das ist Will doch keiner sehen Ne ne Guter Zeitpunkt nochmal auszuschalten Dann Sag ich schon mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal Oh Das war ja fast so wie gedacht Ja Gut Bis dann Tschau Tschüss Ciao Tschüss Tschüss Vielen Dank.